Sport TV 22 bei MySport, MyStory. Der Vincent Streit aus Deutschland, der jüngste im Rodel Weltcup. Vincent, erzähl einmal was von dir. Also wie gesagt, ich bin der Jüngste, ich bin 14 Jahre alt, komme aus Bayern, aus dem kleinen Dorf Bad Bayer Sollen und ich trainiere meist in Unterammergau auf der Naturbahn oder auch auf Rollen neben der Naturbahn und ja. Wie lange machst du schon den Rodelsport? Ich mache den schon seit zwei Jahren. Und von wem bist du der Fan? Ich bin der Fan von Thomas Kammerlander und vom Gruber Alex. Ja, leider hört er auf. Ja, das finde ich ziemlich schade, weil ich gerade mal das erste Jahr bei den Junioren bin und jetzt auch bei den allgemeinen mitfahre und ich den auch gerne mal öfters erlebt haben würde. Dann wünsche ich mir alles Gute für die Zukunft. Danke.